Hallöchen Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead A New Frontier. Ich sag ganz ehrlich, nope, weil das ist einfach echt etwas strange. Ich sag ganz ehrlich, auf der Straße, die Begriffe, die Begriffe, die Begriffe von etwas mehr. Du sagst, dass das nichts von mir bedeutet, was ich dachte, es war? David ist nicht nur ein paar Leute in unserer Leben. Er ist mein Bruder. Ich sehe ihn nicht immer so gut mit dem, das zu tun. Ich kann das nicht mit ihm machen. Also, du sagst, dass du etwas fühlst. Es geht nicht darum, Kate. Es kann nicht mehr gehen. Nein, nein, ich glaube nicht. Du hast etwas Gefühl, Javi. Ich weiß, du hast. In der Schleuchte, du mich beszelt. Und als du aus der Kälte aus der Kälte bist, was die erste Sache, du sagst mir? Du sagst mir, wie viel du mich vermisst hast. Aber als David zurückgebracht hat, du bist alles anders. Du sagst mir, du sagst mir, du sagst mir, du sagst mir. Kate, komm mal. Nicht mit mir. Nicht mehr. Javi, es ist eine Erwärmung hier. Sie planen, um David zu holen, in fronten der ganzen Kälte. Was? Du hast da, jetzt. Du hast da, jetzt. Du hast da, jetzt. Wenn sie ihn sehen, dann wird sie sofort. Wenn du einfach in die Kälte bist, dann... We gotta get over there. Now! Keep the walkie close by. We'll tell you as soon as we've got, David. Then you can drive into the square and pick us up. Come on, Kate. You and I both know this is stupid. I'm not even gonna dignify that with a response. You already told me what you feel. You don't need to say another goddamn word. Just... stay out of sight. We'll be in touch as soon as we can. Nothing else from Ava? Nope. And it sounds like a crowd out there. It sounded like Ava got cut off by something. Or somebody. Wish we had some idea of what we're heading into. Like, is the whole plan shot? Or did she just have a little setback? I hate not knowing. Oh, fuck. We're not gonna know what went wrong until we actually do this thing. So, let's do it already. You ready? Ready as I'm gonna be. Glad to hear it. I don't know about the rest of you, but I didn't want to be here today. The people of Richmond deserve to be saved. David Garcia has to be punished for what he's done. Jesus Christ. And that's for his son. For years now, Richmond has been governed by one simple principle. Strong council, strong community. But unfortunately, the actions of one of the members of that council, our security expert, David Garcia, have put us all in danger. She's lying to all of you. I'm sorry to have to show you this. Truly, I am. But you all need to see. Just look what he's done. He murdered this man in cold blood. Is this who we want in charge? Someone this reckless? This cruel? Not if I have anything to do with it. I can't believe this is really happening. She's gonna kill him. She can't do this to him. He's kept him safe. I knew Joan was willing to fight dirty, but this is taking you to the next level. We gotta be ready to match her game. I think you're right. Javier! I heard you were planning to crash our little party. Why don't you come on up here? Show your face to everyone. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Fuck that, and fuck you, Joan. I don't have anything to say to someone who shit-talks my family. Don't make this harder on yourself, Javier. Get up here. Now! She knows we're here now. We might as well. I had a very interesting conversation with your friend, Eleanor. Last night. Isn't that right, Eleanor? We did. She said you came here because you wanted to save your brother. Admirable. Almost. Don't know how you thought you were going to pull it off, considering it's all of us against the three of you. If you knew what we were coming here to do, why go ahead with this? Why put a noose around my brother's neck? This community deserves justice, and they're going to get it. One way or the other. Here in Richmond, people who put themselves before the group don't last long. Bring them out. Get away from me. You're making a mistake. Ava! Oh, no. They had them this whole time. David wanted to tear this whole place down. He told his people where to find our gun supply, and sure enough, they picked us clean. You really thought you could ride into town and stage a coup? With our own damn weapons? Something like that? I can't just let it go. You've put me in a no-win situation here. So I'm going to do the same thing to you. Both of them deserve to die for their crimes. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just one. Oh, God. It's really up to Javi, isn't it? All eyes are on you. Maybe this will help you make up your mind. Boys? Come on, Javi. Who's it gonna be? Your friend? Or your brother's lieutenant? Oh, come on! This is fucking stupid. I can't be serious. Goddamn you, Jill. Do the right thing, Javi. How could you do this? Verflucht! Ich weiß es nicht! Oh, ich will, dass keiner von beiden stirbt. Javi, äh, Trip, meine ich. Trip hasst uns ja jetzt eh schon. Oh, verflucht. Oh, fluchte Scheiße. Ich mein, Trip kennen wir halt schon länger, ne? Verdammt, was mach ich da jetzt? Ich muss Trip retten. Trip has to live. He's invaluable. Son of a bitch. Javi, what the fuck is wrong with you? Javi, what the fuck is wrong with you? You're not making David happy. But I respect you for sticking up for your own people. Shoot it. Wait! I said Trip should live. You did, but there's something else you need to understand. Betrayal. You can't do that! Fucking figures. I can do anything I want. You brought this on yourself. Do it. Joan. No! 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 What? They really shot him! Oh, damn it. Now David, it's your turn! Ich kann das nicht glauben! Das ist nicht so, wie wir tun. Das ist verrückt! Du bist pathetisch, Clint! Wir haben den Prozess geglaubt, und schauen wir wo wir sind! Du bist richtig! Denken Sie so, Hobby! Sie wissen, was wird hier passieren! Sie sind bereit für das? Wir sind nicht in Richmond, wir sind in Exile. Das ist wie wir immer tun. Wie geht es, dass du David und den Rest von deinen Leuten ausfüllen kannst? Geh weit weg von Richmond, und dann, was du machen, ist es für dich. Ich bin sicher, die Herd outside will gerne das. Sie denkt, dass sie uns rauskommt, um es zu sterben. Sie ist auf es. Everybody put your guns away! We're gonna handle this peacefully! Don't listen to them, Hobby! They're fucking butchers! All of them! Shoot that bitch! Take her out! She deserves it! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Ja, wenn wir die jetzt erschießen, dann geht die ganze Scheiße ab, dann... Dann bricht die Hölle los. Wir haben keine Wahl, außer den Deal anzunehmen, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Wir gehen! All of us! Jetzt! Ich sagte nicht, dass du gehen könntest. Es ist egal, ob du es getan hast. Das ist so, wie es passiert ist. Und ich? Der hätte man doch bestimmt umgebracht, hätten wir sie jetzt erschossen. Oh nein, was macht er jetzt? Stephen? Was meinst du? Ich glaube nicht, dass ihr alle auf einem einsetzenet. Nehmt deinen İş und schnappt ihn! Er sind Leier, Clint. Alle. Eine C chickens! Gliere klipp ihn an und ich werde ihn töricht. Ich versuche, dass ich werde. Go ahead and shoot then. I warned you. They can't be trusted. What the fuck? Come on. Stop a second and think about this. You think Joan will agree to anything you say? You trust her, even for a second. You're gonna end up like your friend over there. Help! 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 Fuckin' heck! Get back here! Gabe, I need you to cover me. We gotta make things right. Okay. Dad needs us. We gotta get out there. David's trained for this. We're not. You think he'll be okay out there? I've got no doubts. Shit. I gotta help her. I knew David was gonna do something to fuck this up. I told you what he was like. When are you gonna start believing me? Shit, get down! I hear gunfire. What the hell is going on over there? Are you guys okay? Do you need a pickup? Or do you have things under control? Stay away from the square. It's too risky. We'll come to you. I... I can't hear you. It's too loud. Oh, scheiße. It's Kate. She's coming for us. Nein! Nein! Oh, Gott! Javi, you've got to get over there before... Ja, super. Boah, jetzt frücht die ganze Hürde los. Ja, holy fucking shit. Hast du versprochen, Kate mit ihrer Familie zu helfen, falls David vorgeht? Ja, klar. Wollten Lingard nicht töten, unterstützen Lingards Selbstmord. Spieler ließen Clementine über Lingard Schicksal entscheiden. Wäre das passiert, hätte man einfach gar nichts gemacht, oder? Hast du Kate gesagt, dass du das in den Titan-Kates Gefühle nicht? Ja, meine Fresse. Ich fand einfach nicht, dass das richtig ist. Entschuldigung. Ja, hast du bei der Hinrichtung zu retten versucht? Der Spieler hat versucht, Trip zu retten. Ja, verdammte Scheiße, ey. Nahm das Angebot an. Ja, ich möchte aber wissen, was dann passiert wäre. Hätte man auf sie geschossen. Wäre dann David gestorben? Ja. 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 Klar. Ja. Ach ernsthaft, man hätte sie erschießen können und ihn trotzdem retten können. Mann, ich dachte, die töten ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020